Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Deutschland-Premiere von Anonymous. Zu Gast heute Joel Lee Richardson, Reese Ifans, Jamie Campbell-Bauer und Sebastian Amesto. Da steht auch schon Roland Emmerich, der zehn Jahre lang davon geträumt hat, dieses Stück auf die große Leinwand zu bringen. Das ist das Outfit, das du hast, nicht wahr? Ja. War es komfortabel? Es war wirklich komfortabel. Eventually, für die erste Woche, es war ein schweres Ding zu tragen, aber dann deine Muskeln adjustiert und ja, das Kostümel hat mich breathieren, walk und denken in eine Elisabethan Weise. Ich war, you know, honnend zu sein, zu sein, zu arbeiten mit Roland II und der Mann hat eine Vision und er wirklich interessiert über diese Stück und hat es für ein sehr, sehr lange Zeit. Simon. Er ist unglaublich. Hard-working, giving, caring, generous und forgiving. To work with great people is always special and there is no doubt that Roland is a great director. He deserves a lot of recognition. He does. Ich habe mir natürlich den kältesten Winter, den kältesten und regnischen Frühling und völlig verregnet den Sommer ausgesucht, als ich hier war. Es hat sehr gut zu London gepasst. Jetzt habe ich dir das Vergnügen, auf die Bühne zu holen, Sebastian Amesto, Jamie Campbell-Bauer als Jürgen Oxford, Jolie Richardson auf die Bühne und last and not least… Wir waren ja in Russland, wir waren in Rom, in New York, überall. Die sind immer immer unglaublich impressed, wie organisiert alles in Deutschland abläuft. Da freue ich mich immer schon drauf. Wie geht's zu? Sicher? Ja, 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 ja.